moin moin freunde willkommen zu 95 season zero point jetzt schauen wir uns mal den shop und die fortnight crew an let's go erstmal gehen wir mal fortnight crew das ist im monat 11 euro 99 das ist ein abo jederzeit könnt war denke ich so was gibt es da da ist einmal der battle pass erhalten erhalte zu jeder neuen season den battle pass ist auf jeden fall schon mal sehr sehr nice dann kriegt ihr immer outfits am jeden monat diesem monat ist es galaxia galaxia dazu gibt es einmal passend ein stil ein rücken accessor und eine pigax auf jeden fall sehr 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 nice und da gibt es noch was tolles mitglieder erhalten jeden monat 1000 v bucks auf jeden fall sehr nice kann man sich mal gönnen das werde ich mir auf jeden fall holen was ihr euch das auch holt gibt auf ehre einmal hängt die wie 049 im shop ein für mich sehr 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 sporten okay dann gehen wir mal ganz da oben das ist hier einmal allein den gleiten die mod 500 haben wir hier 1500 das können der nicht so berauschend aussieht zwei verschiedene stilien plus back bling ja dann haben wir hier noch mal warten scan auch in zwei verschiedene der zweite sieht lustig aus eckling gibt es auch dazu haben wir hier eine weg x 800 800 auch für 800 team bürger die mode für 100 ja so team bürger und team tomate gibt es nach vergessen so dann haben wir hier in heys us back bling und diesen skin gibt es in zwei verschiedenen varianten und back bling gibt es dazu für 1500 v bucks dann haben wir sturm trooperin 800 ernte werkzeug heißt pgx auf jeden fall eisbrecher fackelwirbel im mode für 800 da sieht spektakulär aus und unendliche der 500 letztlich doch für 200 sehr sehr nice und den battle pass gibt es auch das gucken wir uns auch mal jetzt an aber ich wäre eher für die crew ne ich hole mir glaube ich teil der crew also ich werde teil der crew anstatt den battle pass falls ihr neu seid lasst ein abo da lasst ein like da aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und gibt mein creator code hängt die video 049 im shop ein danke für die support die video